Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Das ist tatsächlich das erste Video in 2023, also an alle neu dazugestoßenen und alteingesessen ein frohes neues Jahr erstmal. Heute klären wir die Frage, ob kleine Pflanzzelte für Einsteiger geeignet sind. Man hat frisch von dem Hobby erfahren und sich über viele Wochen sämtliche Infos angelesen und gelernt. Nun möchte man sich am Anfang ein kleines Setup kaufen, weil das ja am einfachsten ist. Man kauft sich als erstes Auto ja schließlich auch keinen großen SUV im Regelfall. Aber ist das jetzt wirklich sinnvoll? Wo liegen hier die Vor- und Nachteile? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ein 40 Euro Grow-Zelt, eine 50 Watt Sunlight-Lampe, eine billige Abluft und los geht der Grow-Spaß. Eine Pflanze reicht ja völlig aus für eine Person, um frisches Gemüse zu ernten. Schließlich möchte man ja erstmal klein starten und schauen, ob dieses Hobby überhaupt etwas für einen ist. Viele von uns werden genau diesem Weg gegangen sein, als wir mit diesem Hobby angefangen haben. Sollte man genau so angefangen haben, hat man festgestellt, dass ein kleines Setup einen in seiner Freiheit beschränkt. Man hat weniger Platz für die Pflanzen. Man muss ständig darauf achten, dass sie nirgends dran stößt oder nicht zu groß wird. Dass die Töpfe super klein sein müssen. Es muss oft gegossen werden. Und mit dem Dünger muss man wirklich extrem aufpassen, dass man seiner Pflanze keinen Schaden zufügt. Ein kleines Setup erscheint für den Anfang sehr sinnvoll. Allerdings, sobald man Spaß an dem Hobby gefunden hat, kommt mindestens ein größeres Setup noch dazu. Zumindest ist das in den meisten Fällen so. Wenn man dagegen ein 60x60 oder ein 80x80 Zelt gegenüberstellt, hat man mit diesen Setups viele Vorteile. Man hat bei diesen Zelten mehr Platz in die Höhe, was es ermöglicht, dass man den AKF von innen saugend montiert, was die Standzeit des Aktivkohlefilters drastisch erhöht, da die Watteschicht Feinstaubpartikel filtert hat. Somit nicht in den AKF gelangt. Man hat höhere Erträge und muss nicht über das ganze Jahr hinwegpflanzen. Und man hat natürlich mehr Bewegungsspielraum. Denn Pflanzen brauchen Platz. Es ist generell nicht zu empfehlen, dass man als Anfänger an Pflanzen herumschneidet und diese manipuliert. Man hat zu diesem Zeitpunkt etwas zu wenig Praxis-Now-how, um zu wissen, wie man das korrekt macht, um die Pflanzen nicht zu stressen, wie es der Pflanze aktuell geht. Man kann das noch schwierig einschätzen, die ersten Grows. Der erste und zweite Grow sollte möglichst entspannt verlaufen, dass man sich bestens auf die Pflanze und ihre Bedürfnisse konzentrieren kann. Wenn dann noch Platzprobleme in der Höhe und Breite dazukommen, dann ist das für den Anfänger sehr überfordernd. Und wenn der Growler nicht funktioniert oder irgendwas schief geht, wird das Hobby meist aufgegeben und nie wieder angerührt. Und ganz ehrlich, das kann man doch keinem empfehlen. Das Hobby und die Community dazu sind eines der schönsten Dinge, an denen ich persönlich in meinem Leben teilhaben darf. Und das möchte ich Anfänger nicht dadurch vermiesen, weil sie ein zu kleines Setup haben. Wenn es möglichst platzsparend sein soll, dann solltet ihr mindestens auf 60x60 cm und 1,60 m in die Höhe setzen, sodass man wenigstens genug Handlungsspielraum hat und nicht ständig an den Pflanzen herumschneiden muss. In dieser Setup-Größe hat man noch den Vorteil, dass die Erträge teilweise wirklich exorbitant sind, gerade mit der richtigen Beleuchtung. Ich verlinke euch mal, erster Link in der Beschreibung, ein 60x60 Komplett-Set, womit ihr viel Jahre Freude habt. Also, wir merken uns, dass kleine Setups etwas sind für den erfahrenen Pflanzenzüchter, der ganz genau weiß, wie sich die Pflanze verhält unter verschiedenen Bedingungen und auch schnell reagieren kann, wenn es der Pflanze nicht so gut geht. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen und konntet etwas lernen. Falls noch nicht gemacht, lasst doch ein Like und ein Abo da, das hilft mir hier auf YouTube sehr zu wachsen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Bis dahin, eure Tomate. Ciao.